Hallo, Buenos Dias. Guten Abend. Willkommen, everybody. Nappy is dying? Why? Why? I'm good. I just eat my free kebab. Let's configure my overlay a little bit. And just a little bit. More, more, more. Plus 28. Yes. Then we snip below a little bit more. Okay. This looks good. 38.5 temperature. So, I can tell you, we here in North Germany have, I think, 14 degrees. 14. 15. So, you need some long clothes. Point a fan in front of you. 15. 15. 15. Und es hilft immer wieder. So... Let's save. Loading, loading. Ah, okay. It's your body temperature. Yeah, now I understand. I'm stupid. Okay. Then maybe it's a good option to get a warm bath and... ...getting some vitamin C. And go to bed and sleep. I think that's the best what you can do. So, what we are doing. We don't have people anymore. Damn. Then we go and try to get new people. We need some slaves in our village. Oh, man, that is full of Kebab. Ah, I'm so full of Kebab. No, 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 no. Oh, man, I'm so full of Kebab. Oh, man, I'm so full of Kebab. I like this game. It's in development, so not everything is finished and balanced, but so far I like it. And because it's a medieval dynasty, it tells you you have to play with your son when the main character dies. But first you need a son. It's yeah, I like survival games and it's not easy, but... But sure. Damn. Now I'm trying to get new people for my village. You need a 70%. I'm trying to get new people for my village. I'm trying to get new people for my village. So you talk with these guys and when they agree with you, this value rises up a little bit. And when you have 70%, you can ask them for getting to the village and work for you. Then they need food and wood for heating the house and so on. You can buy the animals. This little chicken costs 500 gold. The big chicken costs 1000, but then when you have animals, you need food for them. And I don't have food, so I don't buy animals at this time. What? 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 Minus 5. Damn. Damn. The second value is when you are searching for a woman to live with you, but it's harder than expected, okay, then I go to the second village and try there my lock, maybe I can get people from there, it's better when people in the village getting food and eye crawling around and get wood and metal and the other stuff, so you don't have to think about the thing on everything, saving time, okay, it looks like two people I can recruit, 58, hmm, minus five, dang, plus two, okay, it's a gold, okay, we can not recruit anybody, then we search for, for what, um, I have an idea, we check out the iron mine, and for this I need some stuff to defend myself, okay, no, stop, 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 stop. Das hier und das hier, 4. Now I have a spear to defend myself. We have a quest, I should hunt a bear. And hopefully I see the bear before the bear sees me, let's save a 5. Okay, just a second, I look on our website. This, where are the maps? Below the river? What? Here somewhere. Should be the iron mine. So, a little bit wide. Maybe this way, yes. Let's look for bears. You have some alternate view, you can see any maps. This is, but only in a certain amount of range and the bear should be red for danger. Okay. This way. Green animals don't attack me. Maxime, hello, welcome. And you can only hold a short amount of time, this alternative view, because it costs stamina. When you hold it. And maybe you need the stamina to run away, when a bear is coming to you. So, there's the river. Between the river and the second river. The map says. A little bit wide. There. Somewhere here. Oh, I walk carefully, because I don't want to die. Bye-bye. Musik Oho, da ist ein Bär. Clearly, Mr. Bär und da ist ein Iron Mine. First, we try to kill the Bär. Oh shit, there are multiple Bärs, two of them. Not cool. A new trigger, where it's possible, boost Bärs go on you. Damn it. We must try it. I killed a Bär. OMG. Headshot, you have seen? Let's see, one Bär dead. One Bär left. Oh no. I don't have spares left. Damn it. Nope. I go and get new spares. It's too risky. It's too risky to go to the Bär without spares. And I need to drink. Dang. You must do this job fast. Need to drink. It's so cold. Mr. Overpowered Bär. What? Still alive? Okay, now I need to loot them. Thing. Time. On. Go, go, go. Go search. You can do that. Go. Go, go. 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 Hahaha Give me the spears Holy shit, totally overpowered Crazy bear Okay, now I'm overloaded When you are too heavy you Can't run Okay So now I need to drink I die I need to drink Where are the rivers? Give me water Okay Okay Then Then He needs the sticks Crafter Fire Campfire To be honest Here we go Go on Go on Let's go on Go on Go on Go on Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, that's enough. That's it. Iron, iron, salt and iron. I take the iron. Better is it. Too much load. We can leave here the salt. I take the iron. No, not the stone. Dang. I don't want the stone. No, not the stone. Seven iron. Okay. Iron. Iron. Now I'm too heavy. Dang it. Why? Don't worry. Don't worry. Take one. Okay. Ich hoffe, sie haben nicht re-spawned. Okay. Wir haben Iron. Ja. Und ich bin immer noch alive. Ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht. Ich bin immer noch nicht. Warum? Ich muss hier gehen. Dreckig. Ich muss hier gehen. Warte. Warte. Ich schließe. Warte. Warte. Ich merge. Danke. Aber wir können den Craft No Senses Iron. Wir können den Craft No Senses mit dem Craft No Senses mit dem Craft No Senses Save! Weitzen time! Wee money! Das war's für heute. Okay, maybe someone needs a crate, you can do a guess the number game. Reason, it's all. One Rundholz and four Eisen. Okay. Grundholz. We need wood. Wood, 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 wood. The forest is almost gone. One Rundholz. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. I'm too heavy, I'm too heavy. So... I'm too heavy, I'm too heavy. I'm too heavy. Okay, can we buy something? 150, 35 habe ich. Hmm... We need money. Okay. 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 Einlein-Faden. Oh, it's right. Just my friend, hello, welcome. How are you doing? I'm sure, I can do. Let me see, wait, um, maybe this, link rocks, uh, no, damn. Wait a second. Okay. 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 O-M-G, Chester! Danke! Vielen Dank! Let's see, what we can do. Thank you so much. JDMP, hello. And by the way, I guess the number is still open, guys, if anybody wants a crate or so. Carrots, no, not in this season. Next season, I clean something. I have enough carrots. Where are my mouse? Damn you. Thank you, thank you, thank you. Thousand times, thank you, Jess. Okay, let's put this stuff back. Okay. 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 I don't know what to say. Other than thank you, I cannot say anything. Okay, will do, will do. Thank you. Thank you again, thousand times. It's not. It goes here. It goes here. And you know, if you need any time, something you can ask. I always have stuff in my inventory, but I not redeem. Always glad to help you out when you shorten items. Okay, let's collect some sticks and then craft some knives to there. Okay. All right. All right. Let's take it. I will open this. Let's go ahead. Let's take it. Okay, so we are going to open this. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 I hope the top XP guys from my Dashboard show up today, so I can give them the povos. Thanks for the follow, welcome. Okay, now. Every time, Trovo has problems to keep up with the bandwidth. This was a second ago on 2 megabits. Yesterday the same. Now it looks good. Who knows? How dare you? Okay, okay. You have guessing alone. You have won the crate. It was 10 and you have not typed 10. Then you buzz on 9. Then you put the smiley and then you put the 11. 10. Going around to 10. I know you will. I can't read it. I can't read it. Ja, aber du siehst, dass kein Zuschauer die Kräte gewonnen hat. Danke für die 10 T-Fuel, danke, danke. 20, danke für die 20. Stone, 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 Crafting, nice. Okay. Enjoy your coffee. Okay. 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 Mikrofon aktiviert. Marvelous, wonderful. Let's eat something before we die. Let's eat something before we die. Okay, now we have food, maybe we put the pickaxe away to have more volume, free to carry, more white sticks. Okay, now let's get started in the middle of the hospital. Sollte die Zutaten, die Zutaten haben. Bis zum nächsten Mal. I guess the number is open, if anyone wants a crate. I guess the number is open. I guess the number is open. I hope at some time they patch wagons in this game. You can carry a wagon with stuff in it. I guess the number is open. 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 Okay. I guess the number is open. I guess the number is open. Es ist nicht 10. Congratulations JDP, you're great! Maybe I do another run with the knives, crafting another stack of knives and sell them. To unlock more stuff. So, I'm going to put it off. Und JDMP ist auf Platz 3, mit den Experience Points. So you get also something, let's refresh, it's bugging out, and give title, and you get also a coin buff, because you want to place 4 on my XP list, so you are also very active. No problem, I have to thank you for being here, for being active. Party! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 One second So 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 Hallo, stones, I need stones. I need stones, I need stones, I need stones. I have so much stuff that must be done, must be gone today, so I give away coins. Because I don't stream tomorrow, my supply drop can be emptied today. Let's see. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, I need to drink. It's in time, we money. Untertitelung des ZDF, 2020 Sieben Steine, das wollen noch Verstöcker. 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 Okay, now we unlock something. Bye-bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ok 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 No, I don't buy this. Schönes Wetter haben wir heute, Null, aber sicher. Damn you. Minus 29. Nein. No. Ooooooh! Nein, doch! Reisendamm, thank you for the 10T fuel. Thank you, thank you. Very kind of you. At some time I think I buy a chicken. But now I don't have money for this. So we go back to the village. Thank you for another 10T fuel. Thank you, thank you. You don't have to. But I appreciate every donation. I think you have every people moved on Setta. Okay, Rock'n'Core. Thank you, thank you. Juju. 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 Okay, what we can do? I think we must wait for the spring. 16 sticks. We are doing 16 sticks here. Okay. Okay. The jacket has not only been passed away. No. 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 Oh. Thank you again. Awesome. Another 10T fuel. So, we drink something, and I think we can sleep until next day. I cannot sleep at this moment. Then we run around and collect some stones. In the winter the stones are easy to see. Not much stones. Dang. All the fertilizer in my pocket is heavy. Jet is going up 1%, not 33%, 34%. I think it went up. The fertilizer, this is 20 years old. 22kg. Okay. Then I put it in this box. So I can grab more stones. For some stuff you need stones. The stones are very bad visible on spring or summer, but on winter it's easy to spot them. To be in the middle. Das war's. Das war's. 7pm, let's start the next giveaway, because I think I stream until 9pm. Then I must empty my supply drop. Let's tap. Okay. 105 stones. Cool. Let's grab some sticks. Thanks. Sticks you also need for almost everything. GG. Okay. There you create. I don't know. No! 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 Willkommen. Do I have my hammer? No, I don't have my hammer. Where is my hammer? Where are you? There? Yes. Come on. Two. Okay. Now the new year can come. Sleeping. New quest. Depth. Tex. But we will see. Carots not harvestable. This, 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 this. Huh? How do you do this? Hello? No. 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 Damn you. It's broken. Can you do it on you? So. Okay. Acht. Gut. Okay, what we planned. Weizen, no, ha, ha, no. Flux. Okay. 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 Fertelizer. Okay. 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 Cool. Okay. 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 leinsamen haben wir noch so viel re-monitor Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Yeah! New building unlocked! Okay, what do we need for this building? First I need the eggs. What? Five. Ah, it's not unlocked. Okay. Okay, right. Six. We have six. We have seven. Alright. Sticks. Sticks. Sticks, sticks, sticks. We have six. Das war's. Das war's. Okay, haben wir irgendwo noch Stroh? Hier vielleicht? Weizenkorn, okay. Stroh, wo kriegen wir jetzt noch Stroh her? Ja, hm. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Hier ist 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 nix. Untertitelung. BR 2018 Okay, I think that's enough. Let's ruffle the next crate. Okay. 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 Where is this tree coming? Crazy. Note of nowhere. Oh, yeah. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 I have four bags left Untertitelung des ZDF, 2020 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 In the meantime, I get something to drink, BRB microphone microphone muted Amen. Okay, back. What? Nvidia Broadcast Standard? What? Damn you. I don't want this Nvidia Broadcast. Okay, Nvidia you have won. I uninstall your app. Nvidia Broadcast. Let's install. Yes, I'm sure. Go away. I don't need this. Okay. Damn, why I'm so heavy. Because of the stones. Okay. Alright. Let's go pay the taxes. Run for us. Run for us. Run. Come on. Come on. Okay. I'm so heavy. I'm so heavy. I'm so heavy. Hey Where are you? Schnelleres herstellen. Schnelleres. Schneller, schneller, schneller. Ne, das wollen wir nicht. Das wollen wir so. Und jetzt Journal. Und jetzt geht's. Warum kann ich nicht meine... ... 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 und die Medievale Dynastie Hallo Loading. Hmm... Das ist... Vielleicht kann ich meinen Text nicht bezahlen, weil ich das Geld nicht dafür habe. Das ist eine mögliche... Sache... Wo ist er zurück, Eisbär? Jetzt habe ich dich gleich gelesen. Tuteli Nota Reifler Hempel. Thanks for the YouTube sub and VBE. Thanks for the Twitch follow. Stop! Stop! Talk to you! Do you not want 37 stone knives? Yes, you want, I see. Hmm... Stop! No, I have... Money. Okay. Scheisse. You will be home, you're gonna pee. Stop. You will be home. Yes, you will be home. You will be home with your heart in the room. This will go with me, your heart. Is you got me? Minus 2. Great. Minus 2. I have so much luck. Kappa. Yeah. Nice. A new slave. Haha. E-Tiles! Arbeitsplatz zuweisen. E-Tsong. Iga oder Sammler? Iga aber! Sammler? Wollen wir was sammeln? Geh mal sammeln. Ist vielleicht sicherer. Ja, mir geht's gut. Ich hab vorhin schön erstmal meinen kostenlosen Döner-Teller in mich rein verleibt. Meine Stempelkarte war voll, da gab's denn Döner umsonst. Döner-Teller. Was haben wir denn hier? Suppe, Pflaume, Kirsche, Fleisch mit Soße. Nee, das brauchen wir nicht. Ach Gott. Schwarzer Balken mitten im Bild, hast recht. Das ist ein Alert-Stuck gewesen. Muss ich mal kurz refreshen. Das war, weil ich einen YouTube-Subscriber und einen Rich-Follower gleichzeitig gekriegt habe. Da ist der Alert irgendwie hängen geblieben. Das passiert ab zu mal ganz selten eigentlich. Muss ich dann bloß die Szene einmal aus- und wieder anmachen. Schuhe gefixt. Habe ich aber selber gerade nicht gesehen gehabt. Danke fürs Bescheidsauen. So. Und ich gehe in die alle noch nicht schlafen. Jetzt habe ich Hunger. Verdammt. Ich habe nichts zu essen bei. Und so seid ihr fröhlich am Eko-Zocken. Es hat sich viel verändert. Minus zwei. Na toll. Mist. Das machtiluitive. Gäste. Gäste. K foreigners. Gäste. 166 Stunden bis jetzt im Gehen, krass. Das ist doch ein gewisser Suchtfaktor, sagst du? Nee, ist ein Fehler bei mir. War mir sofort klar, wo du sagst, schwarzer Balken hatte ich schon mal passiert. Das ist halt der Alliat, der dann hängen bleibt in dem Moment. Ich könnte auch den Hintergrund durchsichtig machen, aber dann kann man die Schrift zu schlecht lesen. Wer jetzt gerade gefolgt ist oder so, weißt du? Deswegen habe ich den Hintergrund schwarz gemacht und dann bleibt der manchmal hängen, dann blendet er sich nicht aus. Wer da durchsichtig, der würde da gar nicht auffallen. Ich weiß jetzt nicht, ob er denn überhaupt triggern würde beim nächsten Follower und so. Weiß ich alles nicht. Deswegen lieber mal faschen die Alliat-Szene. Was kann man denn hier schön ist in der Fressentruhe? Suppe, Suppe, gebratenes Fleisch, ein Topf, 28 mal ein Topf, das lohnt sich. Hier, wir werden mal die zwei Suppen hier fressen. Nomm 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 Nomm. Untertitelung des ZDF, 2020 Naja, hat mich ja auch eine ganze Zeit lang gepackt. Wo konnte ich doch so einen Zaun bauen? Ja, das ist mein Dorf hier. Bisher. Das sind alles von mir selbst errichtete Häuser. Jedes hat seinen eigenen Zweck. Also eigentlich ist nur ein Haus doppelt, weil ich das aus Versehen doppelt gebaut habe. Die sind da. Wo hier in der Mitte der Punkt ist, das ist ein normales Wohnhaus. Und das hier hinten ist auch ein normales Wohnhaus. Das habe ich aus Versehen doppelt gebaut. Ja, ich habe schon jemanden hier im Dorf. Ich habe jemanden überzeugt. Hier, Rosalinda. Das ist ein Sammler. Die rennt jetzt rum und sammelt. Bären und Pilze und so weiter. Ich muss die Menschen halt mit Kotschen überzeugen, dass sie denn auf deiner Seite sind. Und dann kannst du in dein Dorf einladen. Und du musst natürlich Essen haben und Brennholz. Ja, da ist eine Taverne hier. Ich habe schon einen Hühnerstall gebaut. Und ich bin mir eigentlich sicher, dass ich einen Zaun schon bauen kann. Ja, habe ich ja gerade eben gemacht. Ich hatte vorher schon mal zwei Leute, aber irgendwie sind die von den Bären gefressen worden oder von Wölfen. Keine Ahnung. Also die waren mit mal weg. Die habe ich ja angeschickt und sind nicht wiedergekommen. Und ich hatte genug zu essen. Also das lag jetzt nicht da rein, dass ich. Tierfutter habe ich auch schon, okay. Ein einfacher Zaun. Kaufen wir das noch. Was baue ich denn dafür? Beziehungsweise wo kann ich den bauen? Oh, ich Stöcker für, okay. Dann gibt hier so ein Rohstofflager. Da muss man dann alles einmal reinpacken, damit die Leute das dann finden. Und auch benutzen. Hier, Stöcker. Da kann ja nicht dein Ernst sein. Müssen wir mal Stöcker suchen gehen. Aber wobei, dann können wir auch gleich einen Baum fällen. Da kommen ja immer Stöcker raus. Und auch Rundholz, was denn so schön rollen. Ich bin glück, man kann hier nicht von dem Holz getroffen werden. Ach, wir machen mal noch einen... Geht's ne Number geben, oder? 20 Uhr Incentime Packen wir hier das Holz rein Zehn Stöcker kam schon mal aus Holz kann man nie genug haben Neue Gebäude, oder irgendwas Werkzeuge reparieren, oder neue bauen Ich weiße, jetzt ist meine Axt kaputt Nein Jetzt brauche ich hier einen Stein 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 Ich brauche ein paar Zweige, um eine neue Axt zu bauen Acht Stöcke habe ich, zehn brauche ich A und Zweig Mit dem Leveln habe ich wohl auch alles richtig gemacht Man kann dann hier Kenntnisse der Gewinnung hochleveln Da kriegt man dann mehr Fertigkeitspunkte pro Abbauaktivität Das habe ich gleich mal auf drei gemacht Und dann kann man sich jetzt hier was aussuchen Maultier 5 Kilo größeres Gewichtslimit Brabungsmeister Weniger Ausfauer Verbrauch beim Bäume fällen Achso, wir machen noch eine Trade Giveaway So, Maultier glaube ich, wollen wir da Oder? Gehen wir uns eine größere Chance heißen zu finden Ja, wir machen mal Maultier So, dass ich mehr schleppen kann Das ist immer nicht schlecht Raumfeld 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 Hier hat er noch weg 27 von 40 Hier kriegen wir auch noch Aus diesem Rundholz kann man nämlich echt viele Sachen machen Einerseits die Gebäude bauen Und andererseits noch so ein Brennholz machen Was bei bestimmten Lagerfeuern denn funktioniert Ja, danke dazu hier war es Heißbär Viel Spaß noch Und schönen Abend dir Oh, pack mal hier erstmal rein Ach, kann ich ja gleich noch einen neuen Hammer bauen Zander Okay, folgt Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir können uns nur einen Strohhut kraften, wir haben nur so viel Stroh gesammelt. GG 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 Hm, hätte er kloppen können. Stick, straw, where are you going? Okay. Everything is going. Okay. Maybe we should do a run to the iron again. See money time. Bye. 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 Ich kann das Essen mit uns nehmen. Vielleicht nehmen wir ein bisschen Essen mit uns. 5 But I have so much stuff, I can just give away now another crate. I have so much stuff that I can do. I can't do anything. J.D.A.P. Congratulations! There, you're great! Here we go! Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin so warm. Und Direction. Zitzen Ok Ok 2 Bärs. 1 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 Bärs. Spannende Teile Das ist alles gut. Karate Kupfer Löffel Kupfer 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 All this crazy nice stuff heading back a little bit left Good Right way, not the right way. Bäh! B-money time! 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 so Nice, so much Iron. Now, let's take an oil and mix it up. We'll mix it up. So, let's mix it up. I'll add a little oil and mix it up. I'm going to mix it up. Ja, was sammelst du hier? So, naaaal, not of it, I, 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 Let's look what we have left in the supply dome, four crates, to another crate. So, let's go. So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. TG 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 Vielen Dank für den Chat. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Zombies. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Let's see. Let's give away your coins. I can't stream too long. Let's save. Can I go sleep? So I try to recruit today another person for the village. Let's go. 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 Meine Stadt braucht Leute. Minus 2, totally great. Lasten 0, hmmm. Schönes Wetter, plus 10. 69, I need 70. Oh, 79, yeah. New people for the village. Management. What you can do. Let's look. What you can do. What you can do. What you can do. man. What you can do. We can do it. Free Money Time! Hmm. Haha. Das ist 5. 200 for the chicken Let's try to collect from the other village A new person Three possible people Okay, 53 Three Two Three Two 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 Three Two Three Two Two Three Two Three Two One Two Hmm. Okay. She's sleeping. Why? She's sleeping. Danke. Zu viel Geld. Let's talk a little bit, it's high level. Let's level the talking screen. What's good? Hello. Minus ten. Dang. Okay. Not much luck, but trained hopping skills. Maybe in the next days I get new people. Yeah, the coat is sweet. Three minutes valid. Let's look. I think the campaign is also ended. No, the campaign is still active, so wait a little bit. I'm sure in a few minutes a new coat appears that you can redeem. Like I said, it's only active three minutes after displaying. And welcome to mods. Okay. I cannot sleep. What can I do? In the meantime. Chopping wood. Let's chop some wood. Let's do it. Sadly, the seter chat don't have a timestamp, so I don't know how old the code is, but now a new coat comes in. Fifteen seconds. Timber. New coat. We monitor him. Twenty-eight kilos. Stop. Okay. Okay. Das war's. So much food. 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 Turnbar So, ich habe jetzt noch ein paar Teile. 28 Dann können wir noch eine andere Reihe So much Feather! Das war's. Das war's. So much stuff. 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 Maybe I can repair. So much stuff. 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 Or maybe when it is more damaged. No idea. No idea. Sleeping is not available. Alright, saved. We play this on Wednesday again. Tomorrow no stream. And I don't play this game tomorrow, so when you look on Wednesday, I play this again. I think that's it for today. Let me draw the raffle for the coin buff. Close prediction, okay. Close raffle. Oh raffle. Yes, congrats. Thanks for watching. I will be here on Wednesday. No stream tomorrow. Thanks for watching. Thanks for the follows. Thanks for the donations. Wait is still broken, so I don't wait anybody. Bye bye. Have a good day. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das wie dann ja. Until Wednesday.